hallo liebe freunde kraftvoller tränke mit dem wunderbaren inhalten was machst du denn schon wieder hier dachte du bist dass die blutflecken am wegwischen also die bärenflecken vom saft muss ja nicht jeder wissen die küche zurück schluss mal wir also hier sind wir wieder bei proschen kraft unserem kleinen alchemist im labor für anfänger und wir basteln wir weiter an unseren tränken und an unseren kenntnissen von giften und von medizin ist natürlich nicht alles nur giftig ist ja auch nicht so sind alles nur drogen die wir erstellen also früher stand über den drogerie auch wirklich der name drogen das hatte noch anderen begriff als heute so damals schon ersten kunde wartet wir haben uns ausgerührt und geschnarcht und gepennt so und hier wollen wir noch mal erstmal in unseren garten gehen und gucken was ihr leckeres finden sagt bumm aus die brauche auf jeden fall denke ich mal sehr viel es gibt einige die brauchst eigentlich fast immer ein paar die nur ganz selten sind aber wenn die die ausgehen für die grundrezepte brauchst hat man bestimmte sachen also windblüten feuerglöckchen wasser blüten baum eigentlich immer und ein paar pilze klobige rübe so sieht es hier aus wir haben eigentlich schon fast alles gemacht wir müssen noch ein explosionstrank finden und wir müssen einen wachstumstrank mal brauen so ich habe jetzt hier noch eine seite gekauft die müsste ich dann mit dem wachstumstrank füllen und den explosionstrank müssen natürlich auch mal brauen was haben denn am trinken auf vorrat also wir haben hier einen vergiftungstrank einen wachstumstrank den gebraut haben da habe ich das rezept aber nicht abgespeichert sondern ein bisschen zu umständlich das müssten wir irgendwie leichter finden den weg dahin mana und heilung haben wir noch vorher dran ist man nicht auch mal verbessern wer ist irgendwie auch nicht so richtig super geworden nehmen wir einfach noch mal so eine windblüte da reinschmeißen so dann haben wir noch mal so noch mal runter gehen da gehen wir mit drumherum ist auch lustig dann wird man mal hier diesen punkt erreichen das war nicht schlecht aber ja wenn ich das naja da können wir dahin müsste auch mal sehen dass wir diese bücher hier finden und fangen oder erreichen die geben uns xp und xp können wir aufsteigen der käme mal einmal so stark nach da das ist quatsch quatsch geht es ja noch da wenn wir jetzt ein bisschen nach links mit irgendwas gehen könnten hier ist ja unsere linie so er lässt uns aber dann keinen besseren krank machen ne wieder nicht egal da machen wir jetzt fertig dann müssen wir also komplett von dem weg hier nochmal hin oder einen besseren feuer trank zu finden aber wir haben das ding wenigens mal gebraut ist auch egal dann müssen wir das rezept auch mal löschen dann müssen wir einen neuen machen der ein bisschen effektiver ist von demselben punkt kommt anscheinend dann nicht weiter dann müssen wir diesen explosionstrank mal finden wo ich glaube dass der hier ist aber wie kommen wir diesen wirbel dann vorbei hier scheint mir auch irgendwas zu sein na gut gucken wir mal die kunden wollen ich sehe ich schon eine weile her ich habe mich nahe willst du was kaufen oder verkaufen ja du ruckfaktor ist dann zeig mal was du hast könnte gebrauchen oder das teuer gerade von diesem und dort und stock kann man glaube ich gar nichts mehr nehmen wir mal zwei die sind auch teuer nächsten pilz blutstorren bedeckt einen kleinen schleim der blut das geht so im zick zack das ding könnte natürlich nützlich sein um mal so um die karte zu wippen und einige exp punkte sammeln der rest ist teuer da werde ich doch lieber mal ein bisschen vorher noch bis geld verdienen so hallo das hiesel dorf ist krank danach hatten schon eine ziege verloren ein anderer ein schaf das ist auch meine kuh krank geworden hast du etwas um ein geliebtes rindvieh zu helfen sich besser fühlen tut mir leid und der hof braucht milch was haben sie aber nicht mit ihren mann vergiften will was haben dann noch mal fertigen tränken heiltrank können noch mal versuchen mit dem falschen da haben wir ein bisschen was verdient ich wird verrückt okay so die füchse machen sie haben einen hühner dran wenn sie so weitermachen habe ich halte noch einen hühner stall und ein hahn habe umschlossen gift köhle auszulegen naja gut das was ist noch okay würde ich mal sagen dann können wir einen gift dran geben wir gucken ob man ein bisschen mehr für uns ausschlagen können dann fühlt sich ja okay so wie sind wir ein bisschen gestiegen was soll der grüße man am twerx im treiberin des örtlichen bordels okay kam zu mir bat mich ein spezielles bier für etablissement zu entwickeln dass ihre kunden hilft sich befreit zu fühlen und ihre innere bestie zu fesseln ich habe das bier aber ich weiß nicht immer in ihre bestien kennst du irgendwas dass das bier will da machen könnte die wichtigste frage gibt es in der stadt ein modell ja das ist nicht übel die mädchen so umwerfen und auch eigentlich habe ich vergessen was sonst noch mein freund hat mir alles darüber erzählt okay du bist vielleicht auch naja vielleicht doch der richtige für den job weil er macht sich da keinen kopf was sollte der denn brauchen die innere bestie ist bei mir schon lange am keller fest gesperrt aber was kann man den dingen geben da habe ich jetzt überfragen würde ich sagen also ein trank der hemmungslos macht oder sowas interessant dass es was dann geben sollte kenne ich wüsste jetzt aber ich da bin jetzt echt überfragt keine ahnung und gibt aber nur zwei minus punkte es geht in ihre bestie die lassen besser an jetzt raus gestern aber zu der stadt ein heftiges schabert soll sich dann wachen und banditen es gab viele verwundete und wir alle haben uns die ganze nacht um sie gekümmert wir brauchen wir haben es geschafft alle zu retten aber der menge energie verbraucht also habe ich etwas gesucht über die magischen kräfte wieder herzustellen ich habe hier zwei verschiedene malanträge im angebot normalen oder sondereditionsflasche die kostet ein bisschen mehr nein kriegst du die alte normale flasche kommt da diese kollege da falsch ich nicht so hier kommt wieder der pilz sammler wunderbar das ist kein pilz oder ein bonbon so kille 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 hallo brauche sehr gewählte pegel sehr frisch aus dem wald die tragen sondern auch den morgentau und ein paar wirren aber für die musst du nicht bezahlen zwinker die sind gratis der zinkert immer warum wachsen pilze aus einem hut ich weiß dass sie besondere pilze menschen können sie nicht riechen aber will die tiere fürchten ihren duft ich glaube den fürchten komplett zu vollen seinem duft ja als ich jung war habe ich diese pilze gegessen frau ich in der wald ging und dann habe ich gemerkt dass ich sie auf meinen hut wachsen lassen kann nachdem man sie gegessen hat ok zeigt mir deine ware bursche so jetzt ein bisschen was verdient da können wir uns auch mal ein paar kobold pilze leisten kommen wenn man mal kohle hat da lässt man mal richtig die sauer aus mit kobold pilzen jawohl das ist so ein satz man sage grüne pilze können wir auch noch mal gebrauchen da habe ich gar nichts von ne ne die pilze aus freunde schatten pfüffling da habe ich was der geht so strak nach unten dann haben wir noch den zum fertig ganz guten zum fertig wo kommt der hin habe ich ein von das war nicht ganz billig vielleicht ja davon habe ich jetzt der grüne pilz der gute grüne pilz wir sind für 74 könnten es ein bisschen was leisten und die mit denen und den noch mal versuchen wir mal zu falschen das hat ja super geklappt die falsche richtung hallo nein braucht nicht jetzt gehen deine pilze suchen ich brauche einen trank der mich für den augen und wünscht erzeugen verbirgt und dann wünscht erzeugen das hat der denn vor nee danke auch wenn er hätte welche die nicht verkaufen sagt gesicht so unterdorf bereitet sich auf ein fest vor was wird getanzt gefeiert und es wird berge von essen geben okko kann ja auch kommen wir wollen auch überall in der stadt laterne aufhängen die mehrere tage anbrennen bis das fest sein ist also das länger brennt als öl oder kerzen meine leidenschaft die brennt ewig der war gut ja länger brennen lichter oder ein feuertrank damit sich zufrieden geben ok würde er nehmen aber wird nicht viel dafür zahlen können wir können wir noch mal fälschen 25 ok feuer trank ich dachte er licht trank wir haben hier ich bin vor kurzem auf ein paar andere katakommen wird gestoßen ich glaube dass sie den tief in dieser katakomben große schätze verborgen sind das muss ich mal meinen kollegen sagen ich glaube dass sie den tief in katakomben große schätze verborgen sind wo ich das weiß weil ein eisgutel in den weg blockiert das problem ist dass kein feuer gift oder frost ihn zu fallen bringen kann ich auch etwas anderes kein feuer kein gift oder frost kein feuer wenn ich ihn gegen eisgutel eigentlich einen feuertrank angeboten da hätte man euch die gleichen explosion strangen den habe ich noch nicht im anbot der kommt nächste woche rein aus china so kurzem ist es mir gelungen eine truhe in die finger zu kriegen aber es hat ein sehr komplizierter schloss dass ich nicht öffnen kann die truhe selbst ist so massiv dass selbst ein vorschlag kann man hier nichts anhaben kann kannst du mir helfen sie zu öffnen solchen da verkaufen eine truhe öffnen einen komplizierten schloss also ein schlösser knackgetrank gut vielleicht säure helfen das schloss aufzulösen kann löst du wahrscheinlich auch mit truhe mit auf gesamt einer finger explosion strang vielleicht dann fliegt die truhe die luft und dann ist sie auf und zwar kaputt und alles ist verbrannt als keine ahnung aber jetzt auch überfragt keine ahnung sondern vielleicht illegal weil ich habe hier reputation nichts verloren da finde ich die bliebte ein bisschen gesunken interessant das wollen die alle von mir so ich will ja in ruhe braun ein bisschen kohle brauchen natürlich auch so hier haben wir ja alles abgegrast im wahrsten sinne des wortes wir haben jetzt hier eine hübsche sammlung wir haben auf jeden fall einen wachstumstrang dem haben wir jetzt nicht anbringen können immerhin haben wir die noch auf vorrat finde es aber gut ein paar tränke roma vorrat zu haben weil ich jedes mal braun muss wenn irgend so ein handflug kommt das dauert ja auch immer so explosionstrang wollte ich eigentlich mal haben ob ich mal alles in die luft jagen kann also da müssen wir hier oben irgendwo hin ich vermute mal hier irgendwie zwischen feuer und blitz würde ich explosionen sehen und hier ist auch noch licht das wird schon hin passen falls dieses programm diese logik hat hier zum beispiel gesundheit und kälte hier schlaf also das passt vielleicht auch irgendwie wie kommen wir dahin kinder alles von gedöns terraria geht noch um nee das geht noch unten obwohl wir haben hier einen wachstumstrang ach ja den müsste ich mal als rezept abspeichern diese ein weniger kompliziert machen weil da hatte ich zwei von diesen dingern verplempert muss man sozusagen doch ich habe sie verplempert so terraria da gehen wir noch mal nach unten mit dem gebimsel hier wir malen wir malen wir möchten so mal lied falls sich einer eins kennt ein mörser lied brauchen wir so schmuggel schmuggel einmal da so jetzt müssen wir sehen dass wir hier um diese knochen irgendwie rum kommen was da blüten können wir einfach mal so nach rechts ausweichen was weiter nach rechts braue eigentlich gar nicht so dann können wir noch nach unten gehen mit terrarium er trage ja da muss man aufpassen so hier ist der trank dann käme mit dem schon ganz gut in die nähe flop 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 aua jetzt habe ich mich auf den finger gehauen so das ist auch hier rein in den suppentopf so jetzt muss man sehen dass wir gerührt kriegen da werde ich drauf gehen so dann aber heiligsblechle hier können wir jetzt links rüber da werden wir schon an der flasche mit so einem feuer glückchen ein feuer glückchen das bräuchte ich eigentlich auch nicht zu klein das würde reichen oder so da haben wir schon einen stufe 1 so jetzt müssen wir noch irgendwie runter kommen wir müssen mal richtig runter kommen freunde das reicht das dürfte reichen jetzt müssen wir hier noch vorsichtig rühren feuer 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 wunderbar fertiggestellt wir können das rezept speichern und der ist jetzt gleich auch billiger als das letzte mal weil der hatte ich ja wie gesagt viel zu viele von diesen dingern hier gebraucht und so wunderbar wachstumstrang die kimmel hier kann man ja noch mal nochmal das gesetz das rezept die fehlen gerade worte buchstaben sind alle im topf gelandet schnelles wachstum 3 so der ist auf jeden fall komplizierter als der hier würde ich mal sagen mal hier habe ich auch mehr grundzutaten hier brauchte ich diese spezial an dornstock und die sind viel zu teuer wachsen nicht bei mir die muss ich kaufen wenn ich da hier denke ich mal was weiß ich 30 gold für ausgebe also insgesamt 60 und kriegt dann für den trank rino 50 habe ich jetzt mein geld verplempert im grunde muss ja auch mal so sehen was sind hier nach nachwachsende rohstoffe das ist jetzt bio und nachhaltig der tank ist so haben wir das also schon mal geschafft so sieht sie zum rezept büchlein aus dann haben wir jetzt hier einen gift trank und haben ein heilungstrank ein mähfeuertrank haben wir dann einen starken schlaftrank den frost dran kann man auch wenn ich nur normalen blitztrank haben geschafft mana und wachstum und haben ja schon guten grundstock hier das haben wir auf lager noch wir haben noch wachstum auf jeden fall und mana wir haben noch zutaten da haben wir noch einen von gut gifstrank brauchen wir eh immer noch mal eine vorrat und ein heiltrank brauchen wir eigentlich auch immer noch mal auch mal einer vorrat dann haben wir die auf jeden fall dann haben wir auf vorrat und können die dann dann nächstes mal verkaufen oder die zutaten für den nächsten kaufen so dann haben wir das schon mal das weiß ich würde nicht wie wir jetzt an diesen verflixten explosion strank kommen da brauchen wir auf jeden fall ich denke mal die dinger hier wind und feuer explosion das liegt doch eigentlich nahe ich muss ja irgendwie diese kreise kann man ja auch benutzen wenn ich mich nicht irre okay das ist jetzt dann braun für fortgeschrittene soll ich erst mal mit so ein wind wind blütchen hier anfangen ja machen wir mal nicht so ein wind so dann haben wir auch noch mal xp ich haben jetzt 12 13 klump aufpassen sich nicht zu nahe an die knochen oben kommen so 12 33 haben 20 punkte also es gibt ja 20 punkte bis zum grünes ding ist aber da haben wir so eine feier dann kommen wir schon mal in die richtung so damit es schön aussieht das schon mal in der richtung da dürfen nicht an die knochen kommen und jetzt heikel ist also müsste so hier aufhören und ich muss sagen da komme ich nur bis hier hin also ich muss es sein ok so bis hier hin wo auch millimeter arbeit hier also dass der programm mal so genau ist so jetzt sind wir auf jeden fall hier nicht zu nah an die knochen und ich habe noch mal xp bekommen müssen wir noch mal irgendwie nach oben das macht dann was wenn diese windblüte jetzt benutzen was passiert dann braucht ich brauche ein schönes mercy lied und dass hier mehr spaß macht ja gespannt 6 jetzt passiert ok wir sind gut durchgekommen er hat alles kleines bisschen wasser haben verloren glaube ich so jetzt müsste mir damit dran kommen und gerade was vergrößern hier ist eine linie die sind mal ganz fein nur eingezeichnet haben die echt gemein gemacht hier mit man sieht vielleicht noch ein bisschen mehr nach oben muss dann millimeter naja gut ist egal wenn wir da reinkommen ist die hauptsache dass wir irgendwie sicher einen punkt kommen wir müssten auch nicht komplett mörsern hauptsache wir sind dann drin so möchte ich mal sagen so da sind wir schon mal immer nochmal xp gesammelt wir könnten damit noch einmal nach oben gehen oder wo ich die verplemperung damit wir noch mal unten gehen das bringt nichts dann brauchen wir noch eine feuer glückchen aber einfach nur so würde ich mir sagen wenn wir ein bisschen nach oben kommen oh mein gott mein gott mein gott ja geschafft drang stufe 3 so jetzt mal feuer und am kessel freund wir haben den explosions dran gefunden jetzt ist maria ziel erreicht wunderbar immer achter scheiße 1000 erfahrungspunkte da könnte ich mir gleich selber noch mal ein gifttrank er hat ihr fahrt das alchemisten kapitel 2 abgeschlossen gut gemacht das kapitel abgeschlossen mit jedem neuen kapitel erscheinen neue besucher auftragstypen tanken basen händler und verkäufe gegenstände schließt erweitern die ziele auf den fahrt des alchemisten ab und das volle potenzial an alchemieausrüstung zu erschließen und alle geheimnisse des handwerks zu lernen ok wunderbar jetzt das problem hier mal abgeschlossen ist damit 1000 kriegt man dafür habe ich gar nicht darauf geachtet nicht sagen wer so beschäftigt hier überhaupt was zu schaffen ich würde bekloppt so dann sind auf fahrt 3 da kann man 1500 es gibt boah ok und dann kriegst du 5000 da muss aber schon einiges an braukunst aufweisen so wir müssen dann noch machen die platzstufe von 6 oder wo interessant ein magische sichttrank das gibt es auch noch alles hüpfen tank schutzdauer hüpfen warum will man hüpfen ein säuretrank ok berserkertrank ja vielleicht bei der truhe ebenso säuretrank gebraucht keine ahnung und einen trank mit drei unterschiedlichen effekten halleluja wie soll das denn gehen ok repariere die alchemie maschine ok da müssen wir viel geld ausgeben und ich habe eigentlich alles gefunden bis auf diesen schleifen macht das falsche spaß schleifen falschen da habe ich keine gesehen muss ich sagen aber egal wir müssen jetzt irgendwie sehen dass wir dieses rezept abgespeichert kriegen aber was was sollen wir dafür umfahren wir haben keine freie seite mehr wir brauchen einer vorrat da haben wir nur vorher glückchen gebraucht ich würde sagen den löschen wir und fangen neu an und speichern dafür dann das letzte rezept damit wir den explosionstrank haben so das heißt wir müssen in nächster gelegenheit bei dem händler noch mal eine seite kaufen die seite müssen hier auch noch mal aufsteigen wir haben einen talent punkt den können wir jetzt noch mal vergeben wie gesagt das falschen ist eigentlich wurscht hier kriegt er bis zu zehn prozent hier kriege ich so oder so aber mehr also hier habe ich bis zu 30 prozent mehr auf die preise also lohnt sich eigentlich das mehr den weg hier zu gehen und das dann später muss ich mal sagen weil wenn ich den punkt hier verschwende ist er weg da brauche ich noch viel erfahrung um wieder neuen zu kriegen und soviel falsche ich auch nicht wissen ich mache es eh falsch dann mache ich lieber hier was dafür habe ich mehr von so da kriege ich mehr boni erhöht die chance auf den bonus dass ein bonus erscheinend auf 30 prozent dann machen wir das so dann haben wir jetzt als nächstes kann man bis zu 35 prozent boni kriegen das heißt wir haben jetzt mehr grüne bücher auf der karte oder haben die chance die zu finden gut das ist doch schon mal was da haben wir da auch schon mal was geschafft ja wunderbar dann machen wir mal gucken wir mal ob wir noch einen feuertrank hinkriegen das ist besser als dieses gedöhnt zu meinem letzten machen das ist ja komplett kompliziert ne schwupp 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 also das bringt gar nichts das ist auch interessant der weg hier also natürlich mit feuergleichchen das ist dafür wie gemacht nur ist das der ideale weg oder ich möchte vielleicht auch gern was anderes vielleicht dafür nutzen können die kriegen wir im garten aber auch nicht immer teure zutaten dafür verplempern wäre es auch doof das wäre natürlich verlockend weil da kommt man sehr schnell bis hier in die mitte und wir nehmen dann auch noch hier die dinger mit nur das teil hier lavawurz ich glaube das teil muss man dann auch immer kaufen das wäre auch nicht so richtig versuchen wir das mit den feuerblöckchen machen wir mal ganz klassisch hier die feuerblöckchen rein mit dir die rüttel die rüttel die kraft geht immer so ein zick zack vielleicht wäre es besser da gar nicht so sehr dann kommen wir von dieser linie ab das ist das problem jetzt gehen wir eher nach unten mit der flasche so jetzt machen wir schon mal da die rüttel das ist das ja nicht zu viel nicht zu viel ganz vorsichtig ist müsste eigentlich klappen verbrauchen und zwar ein feuerglöckchen mehr als sonst bei diesem rezept würden aber auch eine stufe drei hinkriegen jawohl okay eine stufe drei feuer tragen müssen es merken wir brauchen vier feuerglöckchen dann kommen wir darauf gut wenn wir genug davon haben ich glaube das ist eigentlich noch eines der einfachsten rezepte gut dann haben wir den auch vorrat aber ein schwachen und guten und wir haben wieder ein bisschen was so dann haben wir auf jeden fall schon mal ein wachstum und ein explosionstrank erledigt in dieser folge dass wir den schleifen und falschen üben so hier arbeitet noch einiges auf uns okay das gute ist dann bei dem programm kann man eigentlich mal gut erweitern mit weiteren aufgaben neuen rezepten und so also die macher können sich das programm hier auch mit sagen mal wenn es fertig ist noch mal gut ergänzen oder beziehungsweise noch mal so sachen dazu bauen so kostenpflichtiges dlc oder so wo man dann zusätzliche alchemie bücher noch mal bekommt neue aufgaben neue rezepte das kann man schon ganz gut machen glaube ich und hier haben wir auch noch was was uns erwartet die alchemie maschine die können wir auch noch sachen brauchen also steinder weisen finden und sowas solche dass wir das meisterwerk also dass die kann man dann hier speichern legendäre rezepte also die klassischen legendären rezepte wie das berühmte albedo oder die trinatas erfinden oder sowas die wissen wir auch noch gar nicht was wir machen müssen das ist nur so ein fetzen hier das erste die credo das braun das wäre hier frei da müssten halt diese geräte haben sie es hier aussieht und wir brauchen dann für einen sehr starken heiltrank oder drei heiltränke die wir hier rein schütten müssen man brauchen wir jeweils einen trank hier von verstehe ich das dann brauchen wir so magische und was immer das jetzt ist hier verwirrungs zauber oder sowas dann hier säure vermute ich mal die müssen wir dann auch auf vorrat alle brauchen also ist eine teure geschichte hier dann zwar gift tränke die müssen wir hier einfüllen dann warum hier magie die dinge haben ob ihren schlaftrunk wachstumstrunk und dann hier so ein ja vielleicht ist das ein schutztauber und dann kann man dieses ding herstellen das salz der leere was irgendwann danach damit macht aber das war dann die höchste alchemie kunst wenn man diese sachen schaffen und wie das hier aussieht und so einiges kaufen dafür okay wir brauchen noch viel geld viele rezepte dieses programm ist also keins wo man jetzt sagt ich habe das spiel komplett ein wochenende durch auf gar keinen fall dann ja was das für diese folge will ich uns wieder pennen und dann geht es mit der nächsten folge weiter und ich hoffe ich hatte wieder mal spaß hier bei unseren kleinen braukurs für anfänger so sehen wir irgendwie bier machen aber das ist eine andere sache ja dann vielen dank für zuschauen ich habe ihr den spaß bis zum nächsten mal und ja hängt schön immer alles zum trocknen auf bei bei